Die folgende Sendung ist für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. Ja, schönen guten Morgen. Es ist wieder eine Woche später und wöchentlich kauft der DSD. Schön hier Trödel-Action. Der Minister ist auch hinter mir wieder am dran sein, weil wir dokumentieren das ja immer fleißig. Es ist heute ein bisschen voller. Der Parkplatz ist auch schon richtig voll. Überall. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit Masken aussieht oder ob wir ein Tuch aufsetzen können. Und ob wir heute mal mehr finden. Ansonsten gibt das wieder einen Zusammenschnitt aus verschiedenen Trödel-Märkten usw. Und es gibt gleich zum Frühstück natürlich eine leckere Currywurst. Das ist ja wohl klar. Von daher, auf zum Trödeln. Let's go. Yes. Wenn ich schon nichts am Trödel kriege, doch eine Platte. Die Hexe Schrumpeldei habe ich geholt. Aber morgens um, keine Ahnung, 11 Uhr, Currywurst muss sein. Prostata oder was sagt man dazu? Weiß ich nicht. Mh, schmeckt toll. Wie Arnold Marquis sagen würde. Irgendwann später. So meine Freunde, Trödel-Tour geht weiter. Ich warte jetzt auf den werten Gorminister. Dann fahren wir mit dem Auto auf nach Witten. Auf dem Marktplatz soll Trödel sein. Das Wetter sieht spitze aus. Ja, dann wollen wir hoffen, dass wir auch spitze was finden. So, die ist die auf dem Trödel in Witten. Gegen die Sonne. Ich gucke jetzt mal ein bisschen. Ich melde mich gleich wieder. Ich gucke jetzt mal ein bisschen. Ein Pirat. I love toys. Ich gucke jetzt mal ein bisschen. Geil, ich kann nicht spielen. Nein? Nee. Warum denn nicht? Hier kommt Schlacht. Du machst sogar Beats da, ne? Ja. Hast du hier noch Pattern? Geil. Geil. Geht weiter. Geil. Das ist fast. Ein einziger Ton, der geht nicht. Der ist tot. Der ist tot. Da ist der Däubelbomben. So, ich hab hier was gefunden. Anboxt noch. Kronen, Salz und Pfefferstreuer. Spitze. Ja, bisschen gegen der Sonne. Das war der Trödel. Aber ich hab ja die Kronen, Salz und Pfefferstreuer gefunden. Von daher bin ich jetzt auch zutiefst zufrieden. Jetzt brauchen wir nur noch. Applaus krieg ich auch. Siehste, letztes Mal standen wir hier. Da waren wir mit edlen Tropfen hier. Hier auf Dings, ne? Aber das ist auch schon länger her. Ja, Bratwurst gab es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich wisch erstmal die Linse ab. Die ist nämlich ganz verschmiert. Tschüss. So, von Wittendon nochmal kurz nach Dorsfeld. Die Bratwurst habt ihr jetzt verpasst. Aber ich hab mir gerade mit dem Minister eine reingezogen. Vielleicht hole ich mir gleich noch eine Bratwurst. Ja, jetzt rennen wir hier ein bisschen rum. Weil hier vorne, die andere Richtung ist halt alles voll mit Händlern und so weiter. Das macht nicht so'n Spaß. Aber hier ist halt so Kram und so. Und ja, da gucken wir jetzt einfach mal. Vielleicht finde ich ja noch was Kleines oder so. Der Minister ist da schon wieder am Spiele-Dicken und so. Der findet bestimmt was. Und ja, schwitzen tue ich auch wie Sau. Ja, kannst du ja gleich holen. So, ich hab doch noch ein bisschen zugeschlagen. Ein paar Star-Wars-Magazine und Comics. Und ja, schön. Und Schwarze-Loch-Comic hab ich mir auch noch gesafed. Hab ich das schon eingepackt? Ja, wahrscheinlich. So, dann bis gleich. Füße am Qualm. Socken nass. Alles blätter nass. Und ja, kein Bock mehr. Und im nächsten Video seht ihr dann, was wir gekauft haben. Was wir so erstanden haben. Und jetzt hier abschwitzen, abschwitzen. Tschüss.